Aus dem beliebten 9-Euro-Ticket ist das 49-Euro-Ticket geworden. Und das war wirklich auch alles andere als einfach. Das sogenannte Deutschland-Ticket kann jetzt aber pünktlich zum 1. Mai erworben werden. Soweit so gut also. Aber so einfach ist es nicht. Denn es handelt sich nur um einen Startpreis. Die Finanzierung ist nämlich nicht langfristig geklärt. Und überhaupt, Nahverkehr ist noch immer Ländersache. Und wir alle haben ja wirklich gelernt, dass jedes Bundesland da seine ganz eigenen Vorstellungen hat. Es läuft also mal wieder auf einen Flickenteppich hinaus. Berlin Hauptbahnhof. Hier steigen Tag für Tag tausende Pendler ein und aus. Hier endet auch die deutschlandweit am stärksten genutzte Pendlerstrecke zwischen Potsdam und Berlin. Allein auf der fahren täglich über 40.000 Menschen hin und her. Menschen, die direkt von dem 49-Euro-Ticket profitieren sollen. Sie sind sowieso angediesen auf die Bahn. Manchmal kein leichtes Los. Ja, wir fahren auch mit einer Linie, die gerade wieder nicht so gut funktioniert. Also, ja, ist nicht so der Knaller gerade. Ich habe auch gerade bei der Information gefragt, ob man dem Zug überhaupt vertrauen kann. Die sind alle hilflos und können überhaupt keine kompetente Auskunft geben. Sagen so nur, ja, ja, der kommt schon. Also, es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Wenn ich kann, nutze ich sie. Allerdings sind in gewissen Regionen, wo ich hin muss, die Bahnverbindungen einfach so schlecht, dass ich zum Auto greife. Bahnfahren ist scheinbar nicht immer das reine Vergnügen. Aber mit dem Ticket wird es zumindest günstiger. Und damit vielleicht auch mehr Fahrgäste anlocken. Das Deutschland-Ticket, das soll auch dafür sorgen, dass mehr Menschen auf die Bahn umsteigen. Die Frage ist allerdings, ob die Bahn mit mehr Fahrgästen überhaupt klarkommen würde. Man sieht es hier. Zehn Minuten Verspätung. Das ist leider die Regel. Pünktlichkeit war im letzten Jahr bei 65 Prozent. Und welche Schuhnote würden Sie der Bahn geben? Im Moment sechs Sätzen. Dann gibt es natürlich unbefriedigend, ja, klar. Im Moment so drei bis vier, aber versetzt. Sagen wir eine vier Minus. Besteht gerade so. Versetzung stark gefährdet. Ein Zeugnis, das Christian Böttger der Bahn wohl auch so ähnlich ausstellen würde. 50 Milliarden Euro müsste man in die Sanierung der Bahn stecken. Aktuell sind es aber nur schmale zwei Milliarden. Und nun das 49-Euro-Ticket. Was bringt's? Wir werden auf einigen Strecken Überlastungssituationen haben, die zu großen Schwierigkeiten führen werden. Die Verteilung des Geldes und die Finanzierung der Verkehrsbetriebe ist eigentlich bisher nicht gesichert. Da drohen also noch viele chaotische Sachen. Und es ist eben ein riesiger Betrag an Steuergeldern, fast fünf Milliarden Euro pro Jahr, die investiert werden in ein Projekt, das also weder verkehrlich noch sozial einen besonderen Nutzen bringt. Weitere Kritikpunkte. Die ländlichen Regionen sind oft so schlecht an den ÖPNV angeschlossen, dass das Ticket den Menschen dort kaum etwas nutzt. Und das Ticket soll es nur in digitaler Form geben. Nicht gerade anwenderfreundlich für Senioren und auch für den Rest nicht immer. Zahlreiche Ausnahmen und Extra-Regelungen wird es geben, je nach Bundesland. Und richtig voll dürfte es werden, auf einigen Strecken. Die Durchschnittsauslastung im ÖPNV beträgt 25 Prozent oder so. Aber wir haben heute schon Strecken im Pendlerverkehr, gerade die Regionalbahnstrecken in die Metropolen rein, die sind schon heute überlastet. Und da wird noch mehr Druck hin entstehen, mit der Folge, dass die Leute nicht mehr einsteigen können. Man wird da also auch Fahrgäste verlieren. Und wenn es morgens also ein Gedrängel gibt, wer noch in den Zug reinkommt, dann werden es im Zweifelsfall die Alten und die Schwachen sein, die nicht mitkommen. Im eigenen Auto besteht diese Gefahr nicht. Aber dafür drohen Stau und eine deftige Tankrechnung. In einer Stadt wie Berlin, da gibt es so viel Verkehr auf den Straßen, da scheint die Bahn sowieso schon eine gute Alternative zu sein. 71 Stunden steht jeder Berliner Autofahrer durchschnittlich pro Jahr im Stau. Und genau da haben wir nachgefragt. Würden Sie vielleicht umsteigen? Nein, ich fahre gerne Auto. Weil ich Schicht arbeite und morgens um vier Uhr aufstehen muss und die Bahnverbindungen so schlecht sind, dass ich da nicht fahre. Ich fahre mit dem Auto. Ja, würde ich kaufen. Genau, würde ich machen. Ja, 49 Euro ist okay. Überall, wo ich hin komme, kann ich entweder laufen und wenn es mal eine längere Strecke ist, dann fahre ich mit dem Auto. Weil das ist mir so unsicher, weil die Bahn ja auch recht anfällig ist mit Streiks und Verspätungen und so. Tja, ob durch das Deutschland-Ticket mehr Menschen die Bahn nutzen, ist nicht klar. Aber die, die es tun, die machen es dann günstiger. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können.